Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge One Piece Pirate Warriors 3 Wir sind in Kapitel 4, Episode 4 Das Ende des Krieges So, wie ihr seht, das ist glaube ich das letzte Kapitel bei Kapitel 4 Dann bald Finger werfen Beginnen Kapitel 5 Ich habe nicht gedacht, dass es der zweite Der große Krieg ist auf zwei Teile geteilt Ich habe gedacht, dass es eine Runde Aber gefällt mir mehr Deswegen Wann haben wir heute also Rofi, Iwanko, Jinbei Bagi der Kla Bagi der Kla und Krokodile Wollen wir heute noch vor Ich habe mich auf einen Rofi Los, Los Los, Los Los, Los 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 Kapitel 4, Episode 4 Das Ende des Krieges So! ASE! Wir holen dich da raus! Durchhalte, ASE! Nicht aufgeben! Scheiße! Ich blick... Ich blick's nicht! Mein Alter! Und meine kleinen Bruder! Meine Kameraden, eine nach dem anderen, gibt der Löffel ab! Aber trotzdem bin ich so glücklich, dass ich heulen muss! Also... Auf jedes Mal habe ich wieder Lust zu leben! Boah! Scheiss Kerl! Die letzte des Jahr... Jahre... Zwing dich in die... in die... Knie... Whitebeard! So! Also! Unser Gegner sind... Kobi... Bartolomeo Bär! Oder den Zyborg! Ich weiß nicht, ob das wirklich ist! Weil der... Das ist Zyborgs! Weil ich sehe zwei, das ist ein Zyborgs! Und dann der... Samurai Haini! Oder irgendwas! Japani Haini! Ich sage das so! Und ja! Flamingo... Kämpft gegen... Ser Crocodile! Vorne... Okay... So! Ich glaube... Kampf ist... Rettet den Ace! Also müssen wir ganz nach vorne gehen! Also Münze... Muss ich noch machen! Das bekommen wir... Wahrscheinlich diesen Krieg noch! Ivankov bekommen wir auch! Aber... Den haben wir ja nicht! Das ist scheiße! So! Muss ich... Ich werde mich jetzt rücken! Jo! Und dann! Fangen wir an! Oh scheiße! Ich glaube, hier ist kein Zeitpunkt! Bring den Whitebeer, gemeinsam! Oh ja! So was eigentlich, das habe ich ja gesagt! Habe ich nicht fertig gelesen! Die Maria... Und der Opa... Apfel... Schon gut! Siehst du... Nur... Ich kümmere mich... Und du bist so gut! Okay! Ivankov! Du bist mein Herr! Ich bin gut dabei! Ich bin gut dabei! Ich bin gut dabei! Ah, die Bälle ist auch da! Wo ist... LOL! Pacifix! Ah, nein! Das ist kein Zubo! Das ist Pacifix! Das ist kein Zubo! Was ist das? Das ist kein Zubo! Das ist ein Zubo! Das ist ein Zubo! Ja! Es ist ein Zubo! Das ist ein Zubo! Keise! Aaaaaaah Ne, der, der ist, der muss zu Krokodil gehen Loll Sieg hat Azole, 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 Azole Wo ist der Ja, okay Ja, das ist ein Wettbewerb. So, das ist ein Wettbewerb. Ich habe gedacht, ich schaffe ihn nicht um ihn zu besiegen, aber ich habe es geschafft. Na komm! Zip, 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 zip! Oh, nice! Wow, ich bin ja, dupe ist die beste! Ach so! So, ich bin bei uns! Ja, voll! Ja, voll! Nein, fuck, habe ich nicht geschafft! Äh, ja! Hier ist so! Oh! Ich muss in die andere Richtung gehen! Scheint so! Och nee! Zwei Weizen sind erschienen! Oh! 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 Toll! Oh! 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 Nein, er ist schon... Loll, ich hab nicht gedacht, er ist so stark Oh komm Ja, 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 ich weiß, du bist sehr stark Einer hat Schwierigkeiten, wie sehr Yeah, du bist der Beste Marco Gauzi heißt Marco, oder? Ich bringe auf! 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 Kombo-Ulti! Sowas mag ich. Die andere will ich jetzt besiegen. Segando! Oh! Lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Nein! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja, ich weiß nicht, was das dir verdient. Deine Partei sind richtig in den Arsch! Wurde besiegt... ok. Also die... wenn sie besiegt, dann alle Piskten sind weggehalten. Finde ich geil. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Achso, ich wollte Ivanko machen, ja. Jawohl, das geht viel schneller für dich. Na ja, cool, sagen wir ja. Oh, mein Opa! Na, wie geht's? LALT! SIGUNDO! Oh ja, da ist er. Jetzt mach ein Finish-Attacke! Ja! Jetzt kommt! Jetzt kommt! Das war's für heute. Das ist doch nicht möglich! Soll es auch nicht möglich! Wenn du nicht möglich bist, wird die Ausstellung nicht verletzt! Ich bin doch nicht! Das alles kann nicht so passieren! Ich warte, Evangelium! Luffy, warte dich! Das war's für mich. GOMU GOMU NONGER GIGANT FÜRSE Oh, ist das so schön! So, jetzt haben wir Ezra gerettet, yay! Alter, ich muss kurz weinen! Lacken, Alter! So geil! Sequenz! Äh, ja! Ist denn irgendwie Tor offen gleich oder nicht? Wird mich interessieren, weil... Ich muss den kurz warten. Also, gleich gehen sie Tor auf, ja! Also, ja! Oh, lol! Der ist schon stark, finde ich! Och, nee! Oh, nee! Helm mit Power! Oh! Sehr grand! Okay! Jetzt ist sehr viel zu kappern machen! Jetzt ist sehr viel, zu kappern machen! Große Feuer kann man, also große Feuer kann man. Das sind Marinen! Wo ist die Nächsten? Hallöchen! Ja, kann man ja schon. Loll, der andere ist abgehauen. Oh yeah! Hä? Loll! Mein Gott, kommt schon! Schneller! Jawoll! Der andere habe ich, der will nicht selber. Der andere... Und der ist im Mitten nicht. Oder sollte eigentlich? Keine Ahnung. Aber gehen wir weiter? No lol. Oh nein! Wir sind noch nicht Banko. Wir sind noch nicht Banko. Ja, ich komme schon. Oh nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Komm! Oh yeah! Ah, that is from Bossman. Lol! 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 Eh, was? Ah, yeah, stimmt. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? So, kommt's bald eigentlich nochmal. Lol! Ah, come on! Ah, c'mon! Ah, c'mon! Ah, c'mon! Ah, c'mon! Ah! Ah! Jetzt voll PoA, finde ich. Ich hoffe, dass es reicht für ein... Och nee, das hat nicht gereicht. Okay, ein Schlag schon. Okay, ein Schlag schon. Ich bin schon seitdem, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ich werde dich nicht mehr verletzen. Ich werde dich nicht mehr verletzen. Ich werde dich nicht mehr verletzen. Das war's für heute. Und rei Untertitelung im Auftrag des ZDF. Ich hab's nicht gewusst! Ich hab's nicht gewusst! Ich hab's nicht gewusst! Ich habe einen Schaukel. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich habe mich in der Vergangenheit. Ich habe mich nicht in meinem Leben. Das ist ein Scheiß! Ich sage das Scheiß! Das ist ein Scheiß. Ich habe mich wirklich geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich geholfen. Das war's für mich. Und Luffy... Ich würde mich nicht so machen, heute. Ich würde mich nicht so machen, um zu schüchtern. Ich... Ich liebe mich. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer König von Welden, ich bin ein Schwächling, ich kann nicht, aber auch gar nicht beschützen. Rufi, mein Junge, beziehe dich, lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht, ich kann nicht mehr mit ansehen, wie du dich selbst quälst. Das ist mein Körper, ich kann damit machen, was ich will. Und was ist mit Ace? Er kann doch auch mit seinem Körper machen, was er will. Es ist sein Recht, den Tod zu wählen. Halt's Mau, doch noch ein Wort und schlage dich tot. Wenn du dich besser fühlst, tu dir keine Zwang um. Du bist völlig blind geworden. Dein Selbstvertrauen, jede Hindernis überwinden können. Deine Kraft, die nicht und niemand dir nimmt kann. Zählose, übermächtige Feinde versuchen dich, diese zu nutzen. Du hast viel verloren, wie dein Bruder, die Vorbild für dich. Die Welt ist die eine Wand, die sich gegen dich setzt. Und du stehst du dich davon, dass du nicht mehr sehen kannst. Du kannst nicht mehr sehen, was vor dir liegt. Du lebst in einer Wolke aus Ruhe und Selbstverwürfen und die musst du durchdrehen. Ich weiß, dass es schwer ist. Zähl nicht, was du verdienen hast. Was machst du, was mag ist, ist weg. Frag dich lieber, was ist dir noch beliebend zu belieben. Meine Freunde, die habe ich. Ich habe meine Freunde, wir haben eine Treffung vereinbart. Ich muss da hin. Ich will sie wiedersehen. Ich will sie sofort wiedersehen. Oh, Rufi, gut, dass ich dich gleich gefunden habe. Brady, was machst du denn hier? Ich war unterwegs zum Archiperger. Was ist mit den anderen? Ich fürchte, es sind doch nicht alle da. Nichts alle da. Ich will meine Freunde wiedersehen. Ist das wirklich eine gute Idee? Nach allem, was euch da passiert ist. Ich versammle euch erneut. Nur damit alle vorlos geht. Ich gehe einen Vorschlag. Ob du annimmst, ist natürlich deine freie Entscheidung. Storchutruf ist am Leben. Ist er schon wieder in der Mariengefallen, Hauptquartier, so rum, eingedrungen? Was reiht denn nun, dass er solche Sachen macht? Ich habe kapiert. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich habe geschnallt. Alles klar, Rufi. Ich rücksichtlos. Wie lustig. Aha. So Leute. Das also. Wir treffen uns nicht in drei Tagen, sondern in zwei Jahren. Wir treffen uns zusammen Kräfte. Und dann treffen uns wieder. In zwei Jahren. Wir treffen uns wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse es. Boah. Ich hasse ein Wein. Also. Wir haben nicht genug besiegt, aber scheißegal. Weiter geht's. So. Okay. Okay. Boah. Harcock. Glaub ich auch nicht mehr. Oh. Zweig. Ja. Komplett. Verteidigung. Uppsala. Vier ol ol. Wir haben jetzt 10 Millionen. Und dann. Nicht schlecht. Ah. Hancock. Okay. Letzte Kapitel. Hab ich mir gedacht. Also. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Und. Tut mir selbst geweint. Aber. Musste sein. Und. Bis. Nächstes Mal. Ciao.